Ja, du kommst ein bisschen näher ran, ein bisschen näher ran. Ja, mit dem Bus, genau. Achtung, Straßenbahn. Ja, du kommst. Ja, jetzt links rein in den Bäcker, jetzt in den Bäcker laufen, genau, Achtung, in den Bäcker laufen, in den Bäcker und, oh nee, wieso rennt ihr? Oh, er hat jetzt voll die Zähne verkackt. Warte mal, ich spreche nochmal mit ihm. Also, also sie müssen in den Bäcker laufen. Ja, du kommst. Ja, du kommst. Ja, du kommst. Vielen Dank.